Zwangsabgabe, so wie das bei Steuern ja auch ist, das wird bei der Rundfunkgebühr immer wieder bemängelt. Gerade von denen, die sagen, dass sie niemals öffentlich-rechtliches Radio oder Fernsehen nutzen. Wir wollen mal darüber reden, wie viel die Gebühr denjenigen bringt, die diese Medien gar nicht nutzen. Die Rundfunkgebühr und ihre Vorgängerin GEZ war seit 2005 nur einmal gefallen, aber nicht gestiegen. Erst nach 16 Jahren gab es eine Erhöhung der purpuren Geldflüsse trotz der Inflation. Es steht also mittlerweile ein Viertel weniger Geld zur Verfügung, das nicht mehr mit der vollen Kanne verteilt werden kann. Allerdings sind die vierten Sender gezwungen, viel mehr Medien mit unterschiedlichen Formaten zu spielen, um ihrem Auftrag gerecht zu werden, die ganze Breite der Menschen zu erreichen. So gibt es eigene Formate für Instagram-Sendungen, die nur in Mediatheken gezeigt werden. Allerdings auch eine große Zahl an Fernsehsendern, bei der man fragen darf, ob es wirklich Tagesschau 24 braucht, wenn kaum jemand den Sender kennt. Ob man ARD, Alpha und andere Sender benötigt, wenn man deren Programme auch in anderen Fernsehsendern unterbringen könnte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat 22 Fernsehsender, manche regional, über 60 Radiosender für verschiedene Regionen und Altersklassen und hunderte Online-Plattformen. Die Sender 1plus und ZDF Kultur wurden vor Jahren schon geopfert. Wer weiß denn sowas? Im regulären Fernsehprogramm wird immer mehr gestrichen, um dafür mehr Online-Formate machen zu können. Dafür hagelt es nicht nur Rote Rosen, aber der Auftrag ist es, alle zu erreichen. So wie wir quasi? Nein, zu dem, was wir hier machen, hat uns wirklich keiner beauftragt. Zum Glück spart man ja nicht bei den Intendanten, das wäre dann doch zu viel. Im linearen Fernsehen ist vor allem das ZDF so erfolgreich, wie es nicht mehr wahr sei, dass es Privatfernsehen gibt. RTL, ProSieben und Sat.1 haben in den letzten Jahren massiv an Boden verloren. Das hat auch damit zu tun, dass mehr junge Leute Streaming-Dienste nutzen und damit Geld bezahlen, um hochwertige Inhalte zu sehen. Die teilweise sehr billigen Sendungen im Privatfernsehen haben somit ausgedient. Beim linearen Fernsehen bleiben mehr ältere Leute hängen, die mehr zu ARD und ZDF tendieren als zu ProSieben. Das erklärt, warum die dann hohe Marktanteile haben. Das Programm wird eben auch geschaut. Wenn Krimis gut laufen, warum dann nicht an fünf Abenden in der Woche Krimis zeigen, denken sich die Sender wohl. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Die Vielfalt dabei weniger. Dabei probieren ARD-InsiderF auch im Internet und mit ihren kleineren Kanälen sehr vieles aus, was sich die Privaten nicht trauen würden, weil sie auf den finanziellen Erfolg angewiesen sind. Weil da aber nicht immer die großen Zuschauerzahlen zu erwarten sind, kriegt auch nicht jeder Zuschauer neue Formate in der Chaos-Mediathek mit. Ah, die ARD-Mediathek meinst du? Ja, genau. Die haben da ein gutes Video zu. Ich suche das mal schnell. Ich hatte die Möglichkeit, selbst für neun Monate hinter die Kulissen des öffentlichen rechtlichen Radios zu werfen. Dabei konnte ich sehen, wie die Themen dort gewissenhaft abgewogen werden. Wenn es also irgendwo etwas zu berichten gibt, dann muss man nicht der allererste sein, der irgendwas raushaut, sondern man geht auf Nummer sicher, dass es wirklich stimmt, was man in die Welt setzt und bringt dann seriöse Fakten. Das hat mir gut gefallen. Wenn ein Politiker sich dort explizit in die Berichterstattung einmischen möchte, dann würde das hohe Wellen schlagen. Der Sender selbst würde das als Skandal thematisieren, wie es auch schon passiert ist, als beispielsweise Seehofer eine Berichterstattung über den SPD-Parteitag verhindern wollte. Das ZDF hatte sofort die Löwenzähne gezeigt und den Versuch der Einflussnahme deutlich gemacht. Äh, ich kenne da noch ein anderes Beispiel von 2023. Äh, das finde ich auch gleich in der ARD-Mediathek. Erzähl's uns doch einfach kurz. Ja, der rheinland-pfälzische Innenminister Lewinz hatte auch viel Druck hin, die Verantwortung für das Versagen bei der Ahrflut übernommen und trat zurück. Als SPD-Chef in Rheinland-Pfalz ließe sich aber dann trotzdem wieder wählen. Ach, so übernimmt man Verantwortung? Ja, so ein Vorgehen hat auch ein SWR-Reporter dann in einem Beitrag als ungewöhnlich bezeichnet. Er soll dann aber von dem Politiker scharf angegangen worden sein. Und späteren sogar auch von der Medienpolitikerin Heike Raab, ebenfalls SPD. Das hat der SWR auch sofort an die Öffentlichkeit gebracht. Aber nicht nur Politik ist ein Feld, über das die Medien aufklären müssen. Im Moment bitte keine Metaphern über Landwirtschaft. Das gibt gleich wieder Diskussionen. Such du mal weiter nach deinem Beitrag in der ARD-Mediathek. Ich bin schon 18 links gefolgt, aber komme immer noch am Anfang raus. Also Folge 4 ist da, 1 bis 3 fehlt und Folge 9 hat einen falschen Titel. Ja, das ist doch wie immer. Bei Korruption und Verbraucherbeschiss ermitteln nicht die Rosenheim-Cops, sondern Politmagazine und in der Folge manchmal auch die Staatsanwaltschaft. Da müssen die Journalisten auch mal auf die Eier gehen. Jetzt müssen Sie uns die Gelegenheit geben, dass alles was... Ach, Sie gehen mir auf den Sack. Oder so. Im Auftrag an die Öffentlich-Rechtlichen heißt es, dass sie umfassend und ausgewogen Informationen, Bildung, Kultur und Unterhaltung anbieten müssen. Programm für alle Bedürfnisse quasi. Ob wir Spaß verstehen oder nicht, die Giovanni-Zarella-Show gehört also auch zu dem, was der Sender uns auf den Monitor bringen muss. Wir müssen sie uns ja nicht anschauen. Das ist hart, aber fair. Über 10 Millionen Deutsche lieben sonntags ihren Tatort. Große fiktionale Produktionen wie Babylon Berlin werden gerne ins Ausland verkauft. Damit spart man sich Gebühren ein oder macht die Produktion von so aufwändigen Formaten erst finanzierbar. Aber wo wären denn dann die Gefahren, wenn sich das Fernsehen komplett privat finanziert? Müssen wir dann nur noch das Sommerhaus der Z-Promis schauen oder das Dschungel Insekten fressen der Brüll-Promis? Klingt leckermäßig. Ich sehe die Schwierigkeiten eher da. Ob Trump oder Berlusconi, um mal zwei zu nennen, beide waren an der Spitze ihres Landes und beide haben gleichzeitig ordentlich Kohle mit ihren Firmen gemacht. Politische Entscheidungen, die ihren Firmen mehr Geld in die Kassen spülen, waren keine Tabus. Dem Medienmogul Berlusconi gehörten drei Privatsender, wichtige Sender in Italien. Kritik an der Regierung gab es da nicht. Wen überrascht's? Der umstrittene Bunga-Bunga-Ministerpräsident konnte beinahe den gesamten Fernsehmarkt in Italien kontrollieren. Er hatte die Meinung also auf seiner Seite und wurde immer wieder gewählt. Für Lügen ist in der freien Presse nur Captain Blaubeer zuständig. In den deutschen öffentlich-rechtlichen Medien gibt es doch heftigst Kritik an der jeweiligen Regierung, ob in Satire, Politik-Magazinen oder den Nachrichten. Es ist Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender, Probleme im Staat aufzudecken, Dinge zu hinterfragen, mit genügend Personal zu recherchieren. Sie dürfen eben keine Staatssender sein. Das ist der Unterschied zu Argentinien oder Polen. Sie finanzieren sich nicht aus Steuern, so sind sie auch nicht von politischen Erweckungen abhängig. Sie wirken manchmal auch arrogant, manchmal sogar ziemlich rüde. Jetzt zuletzt in Elmau auf dem G7, wie Sie mit der Journalistin der Deutschen Welle umgegangen sind. Ist das der Respekt, den Sie als Respektkanzler sich so vorgestellt hatten? Ja, es ist tatsächlich interessant, wenn Menschen dann den gebührenfinanzierten Sendern eine Art Staatsmedientum vorwerfen, als wären sie alle gesteuert. Sogar bei politischen Wechseln von CDU auf SPD. Es bleibt witzigerweise immer die gleiche Steuerung. Und dann ist es dann auch wieder interessant, was ich dann diese Leute dann immer frage, warum dann ausgerechnet diese sogenannten Staatsmedien dann solche Dinge wie Maskendeals aufdecken, Blackrock oder was es da auch alles gibt, Wirecard-Affäre, Panama Papers. Komisch, da sind alle diese Systemmedien dann wieder dabei, die die eigene Politik kritisch hinterfragen. Hm, naja. Aber Bundespräsident Steinmeier hat vor anderthalb Jahren zu der Pressezensur in Russland oder in der Türkei Folgendes gesagt. Wer das Licht der Information aussperren muss, der braucht offenbar Finsternis für das, was er tut. Berichterstattung zu verbieten, ist aus meiner Sicht ein Zeichen der Schwäche. Und ein Eingeständnis, dass etwas geschieht, was nicht gesehen werden soll. Die Pressefreiheit bedeutet also, dass dem Staat und anderen Institutionen immer auf die Finger geschaut wird. Ja, und die Bundeseule meinte noch mehr. Dass in Russland ein Großteil der Bevölkerung lange glaubte, dass der Angriff auf die Ukraine nur dazu dient, sich zu verteidigen, ist eine Folge der Gleichschaltung der Medien. Genauso hat es auch schon Hitler gemacht, als er die Deutschen glauben ließ, dass Polen sie angegriffen hat und sie müssten sich nur wehren. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen platzierte Italien vor zehn Jahren in ihrer weltweit geführten Rangliste der Pressefreiheit auf Rang 49 zusammen mit Burkina Faso. Mittlerweile hat sich Italien auf Rang 41 verbessert. Deutschland belegt Rang 21. China hat Rang 179. Da gibt es keine Pressefreiheit. Wenn es übrigens mit den Zeitungen weiter so bergab geht, dann haben wir übrigens durchaus bald eine Pressefreiheit im ländlichen Raum. Also wir sind dort frei von Presse. Wenn dann keiner mehr berichtet, dann geht die Party richtig ab. Ob da Politiker der SPD oder der AfD auf dem Bürgermeistersessel setzen. Da zeigt sich also, dass sich in der Härte der Auseinandersetzung zwischen der ARD und dem, der ARD, Verzeihung, der AfD und dem Rest des Parlaments hier nicht viel ändern wird. Die fehlenden regionalen Medien werden die großen Sender nicht auffangen können. Aber ich finde es gut zu wissen, dass sie fundierte Fakten liefern und als Kontrolleure des Staates berichten. Also das glaubt Ihnen eigentlich kein Mensch, Herr Söder. Ist gerade erst eine Woche her, das ganze Drama. In aller Freundschaft. Eine Rundfunkgebühr bringt jedem Einzelnen also die Sicherung der Demokratie. Ganz egal, ob wir selbst den Deutschlandfunk hören, Fußball-EM schauen oder uns in der Heute-App informieren. Da hast du aber recht dick aufgetragen. Das hat unser Frontfunkrat demokratisch so abgestimmt. Die öffentlich-rechtliche ist eine Kontrollinstanz, die nicht perfekt ist, aber sie ist bitter nötig und manchmal auch unterhaltsam. Das hat schon ein Schnäpschen getrunken. Das hat schon ein Schnäpschen getrunken. Das kann aber nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Jetzt bei euch da drüben. Ich meine... Tschüss. Das wird beim ... ARD Text im Auftrag von Funk